Was guckt ihr so? Bin ich der korrekte Hassan? Aufpassen, Oster Hassan mit ganz dicken Eiern. Na Mädels, habt ihr Lust, dies zu bemalen? Aufpassen, jetzt gibt es meine besten Clips und Sketche aus der Bühlen-Challenge-Show und Bühlen und seine Freunde, und zwar hier auf Bühlens Beste. Und jetzt bestellen!